... im Listenaufbau mit Highspeed. Bevor wir starten, möchte ich Ihnen etwas über mich erzählen, wer ich bin und was ich tue. Ich betreibe nun schon seit sieben Jahren Internetmarketing und habe damit angefangen, weil ich schnell und unkompliziert viel Geld über das Internet verdienen wollte. Damals war ich in einer misslichen Situation und ein wenig verzweifelt. Glücklicherweise verstand ich aber sehr bald, dass es schnell reich werden Methoden nicht wirklich gibt. Jeder, der Ihnen tausende von Euros prophezeit, indem Sie nur ein paar Buttons drücken müssen, lügt Sie an. Fallen Sie nicht auf ihn herein. Sehr schnell begann ich, mich mit Nischenseiten zu beschäftigen. Ich erstellte ein paar Seiten, die wenig Konkurrenz bei bestimmten Keywords hatten und versuchte es mit Google AdSense. Der Start verlief mäßig und ich verdiente 1,50 Euro am Tag. Und so entschloss ich, mich zu reinvestieren und mehr von diesen Seiten zu erstellen. Also machte ich 20 von diesen Seiten, die mir 30 Euro am Tag einbrachten. Eines Tages aber sperrte Google ohne Vorwarnung mein AdSense-Konto. Ich verlor mein Einkommen. Ich war ausgebrannt. An diesem Punkt dachte ich, ich hätte alles probiert. Von CPA bis Social Media Marketing. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich nichts zum Laufen brachte. Aber dann, eines Tages, entschloss ich mich, es mit Listenaufbau zu probieren. Ich hörte unzählige Internetmarketer sagen, das Geld liegt in der Liste. Jedoch hatte ich nie ernsthaft versucht, meine eigene Liste aufzubauen. Vielleicht verstehen Sie mich und sind ja auch abgeschreckt vom Listenaufbau, denn normalerweise kostet Traffic ja Geld. Oder Sie wissen einfach nicht, wie Sie Traffic kostenlos bekommen. Nachdem Sie den Report gelesen haben, wird sich das ändern. Meine Liste baut sich auf, indem ich diese kostenlose Methode nutze. Wenn auch Sie diese kostenlosen Techniken anwenden, wird sich auch Ihre eigene Liste aufbauen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber es ist mit ein wenig Arbeit verbunden. Die Liste wird nicht über Tag aufgebaut sein. Die gute Nachricht ist aber, dass es nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen wird, wie Sie vielleicht befürchten. Sie können mit einer Stunde Arbeit am Tag um die 80 Eintragungen bekommen. Wenn Sie das 90 Tage lang tun, haben Sie über 7000 Eintragungen in Ihrer Liste. Unten in der Beschreibung finden Sie einen Link, um sich den kostenlosen Report herunterladen zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017